Hallo, schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin Christine von Create a Smile und in der Videoreihe über Kartenaufbau sprechen wir heute mal über Dreiecke. Im Bildaufbau gilt, dass Diagonallinien und Dreiecke immer eine Art Spannung oder Drama erzeugen. Ich habe euch hier mal ein paar Versionen aufgezeichnet, wie man Dreiecke auf Karten verwenden kann und sie alle sorgen dafür, dass immer ein gewisses Ungleichgewicht besteht oder eine gewisse Disharmonie, könnte man sagen, die wir aber so benutzen wollen, dass es eben doch harmonisch aussieht. Ich habe mich jetzt für diese letzte Variante entschieden, in der ein Dreieck von oben in die Karte zeigt. Das Ding bei den Dreiecken ist, dass sie ja mit Spitzen arbeiten und durch die Spitzen ist es tatsächlich so, dass so eine gewisse Spannung entsteht, was man bei Kreisen nicht hat. Also ich glaube, wenn ihr euch mal unterschiedliche Karten mit Dreiecken und mit Kreisen anseht, dann seht ihr, dass die Karten mit Dreiecken so eine gewisse Spannung, so eine Power irgendwie ausstrahlen und deshalb machen wir heute eine Partykarte. Ich habe mir jetzt hier den Konfetti Stencil genommen und Mustard Sheet Distress Ink und ihr habt gesehen, dass ich sehr viel Farbe auf der Schablone verteilt habe. Einfach aus zwei Gründen. Der erste Grund, ich war zu faul, immer mit dem Pinsel hin und her zu gehen oder mit diesen Bürstchen. Und ich habe das auch vorher einmal getestet und die Bürste hat nicht so viel Farbe aufgenommen, dass das wirklich auf diesem schwarzen Papier gut gedeckt hätte. Ich habe hier das schwarze Aquarellpapier von Wessen benutzt und habe jetzt einfach den Stencil nochmal anders hingelegt und dadurch greifen die Konfetti Flitter so ineinander. Das heißt, die überlagern sich zum Teil aber nur an wenigen Stellen und ich kann so mehrere Farben miteinander mischen. Ich hätte auch den Stencil nur einmal draufkleben können und dann einige Areale in gelb und einige Areale in blau machen können. Ich wollte aber wirklich, dass die blauen und die gelben Flitter miteinander gemischt sind und das hat jetzt ganz gut geklappt. Wie gesagt, es wird eine Partykarte, passend zu dieser Spannung oder zu dieser Power, die eben so ein Dreieck irgendwie ausstrahlt. Und deshalb habe ich mich für dieses bunte Konfetti entschieden in Türkis und Gelb. Jetzt habe ich, um das Dreieck zu gestalten, das Paneel erstmal ein Stück gekürzt, weil mir klar war, dass ich nicht möchte, dass das Dreieck bis ganz unten auf die Karte reicht, sondern schon darüber endet. Habe mir jetzt hier die Mitte angezeichnet und schneide jetzt von den Ecken zu diesem Mittelpunkt hin. Und dann habe ich eben ein Dreieck, das oben genauso breit ist wie die Karte und dann genau mittig zur Spitze runterkommt. Das gefällt mir so ganz gut. Das habe ich jetzt allerdings abseits der Kamera aufgeklebt. Und jetzt möchte ich einen Text da draufkleben und habe mich für die Party-Monostranze entschieden. Und die möchte ich jetzt so aufkleben, dass sich blau und weiß überlagern. Das heißt, ich möchte das einmal in Türkis ausstanzen und einmal in weiß und das dann so aufeinander kleben, dass da so ein kleiner weißer Schatten unter dem Türkisen rausguckt. Ich habe das vorher wieder mit doppelseitigem Klebeband beklebt, das ihr ja auch bei uns im Shop findet, weil das das Aufkleben der Textstanzen so viel einfacher macht. Das habe ich ja schon mal in anderen Videos erzählt. Und es ist tatsächlich so, dass ich die Textstanzen insgesamt viel häufiger benutze, seit ich dieses Klebeband für mich entdeckt habe. Das ist mein absolutes, eins meiner absoluten Highlights des Basteljahres wahrscheinlich. Und habe jetzt eben diesen Partyspruch, dieses blaue auf das weiße geklebt, leicht versetzt und dann das Ganze auf dieses Dreieck geklebt. Hat jetzt so ein bisschen 80er oder 90er Jahre Look, macht aber gar nichts und wird auch nochmal ein bisschen aufgebrochen durch das Huhn. Ich hätte das ja schon so lassen können im Grunde, aber natürlich war mir das ein bisschen zu langweilig. Deshalb habe ich jetzt einen Huhn aus dem Set, verrücktes Huhn, aufgestempelt und koloriert. Ich habe mich hier für das Huhn entschieden, dass er so ein bisschen deppert sitzt. Ich finde das irgendwie ziemlich niedlich und irgendwie sieht das auch nach einer ziemlich witzigen Party aus, wenn das dann so ein Ballon da in seinem Flügel hält. Allerdings hatte ich hier ein bisschen zu hoch gestempelt, deshalb musste ich die Linie verlängern, damit es wirklich so aussieht, als hätte das Huhn diesen Ballon in seinem Flügel. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Farben wieder aufzugreifen. Also ein relativ knalliges Gelb und ein Türkis. Das ist eine Farbe, eine Farbkombination, die ich sowieso sehr gerne mag, Türkis und Gelb. Und ich finde auch, dass es dieses Party-Thema ganz gut aufgreift. Deshalb hatte ich mich sowohl bei den Konfettis im Hintergrund dafür entschieden, als eben auch bei dem Huhn. Und wie gesagt, Farben aufgreifen mag ich total gerne, macht für mich die Sache immer ein bisschen stimmig, weil das so ein Dreieck Disharmonie reinbringt. Oder naja, so richtig Disharmonie ist es nicht, aber eben diese Spannung oder diese Dynamik, könnte man sagen, diese Bewegung und diese Dynamik reinbringt. Das muss ja irgendwie wieder so aufgefangen werden, dass die Karte am Ende doch wieder ein Harmonisches ergibt. Und würde ich jetzt mit zu vielen Farben, die sich vielleicht noch ein bisschen beißen, arbeiten, dann hätten wir nur Power, nur Party, nur Energie auf der Karte. Und ich wollte schon, dass es so ein bisschen, also ich wollte das Ganze noch mal so ein bisschen beruhigen. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Es gibt so Dinge, die kann ich nicht sachlich begründen. Ich kann euch nicht sagen, warum ein Dreieck jetzt dynamisch wirkt. Ich verstehe das psychologisch nicht. Aber ich habe tatsächlich das... so aus der Fotografie, wie so viele dieser Bildaufbauten. Und das kann man auf Karten eben übertragen. Ich finde, es stimmt tatsächlich. Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Video relativ viele Karten mit unterschiedlichen Dreiecksformationen angeguckt. Zum einen als Inspiration und eben auch, um zu gucken, was kann ich euch darüber erzählen. Und was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass Dreiecke die ganze Sache immer... Ja, das sieht immer alles sehr energetisch aus. Ich habe auch selten... Also Dreiecke wurden auch fast immer mit knalligen Farben benutzt. Ich habe selten Dreiecke gesehen in Pastellfarben. Ihr könnt mich da aber gerne eines Besseren belehren und mal eine Karte mit vielen Dreiecken oder mit einem großen Dreieck oder so. Also irgendein Dreieckslayout machen mit Pastellfarben. Da wäre ich wirklich neugierig, wie das dann wirkt. Ihr wisst ja, ich bin sowieso ein bisschen von der Knallfarben-Fraktion. Trotzdem mag ich Kreise total gerne. Vielleicht ist es eben so, dass die Kreise da so ein bisschen das beruhigen, was meine Farbeskalationen da immer aufwiegeln. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe die Farben wiederholt, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil das Dreieck eben eine Dynamik reinbringt. Und habe dieses kleine Huhn dann ausgeschnitten und so aufgeklebt, das werdet ihr gleich sehen, das ist sogar die Spitze des Dreiecks verdeckt. Diese scharfe Spitze, die macht was. Ich kann nicht genau sagen, was. Aber in dem Moment, wo sie verdeckt wird, sieht das Ganze schon nicht mehr so scharf aus. So, also, vielleicht könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Viel von dem, was ich hier rede, ist heute nur gefühlt und keine sachliche Info dazu. Ich hatte jetzt da noch diese kleine weiße Stelle innerhalb des Motivs und wollte die rausnehmen. Jetzt war aber meine Glasschneidematte unter meiner Videomatte hier verdeckt, weil die so reflektiert. Ich filme nicht gerne auf der Glasschneidematte, weil die so stark reflektiert. Deshalb habe ich jetzt ausnahmsweise mal meine Stanzplatte genommen und gedacht, die kann das jetzt einmal aushalten. Die hat schon so viele Klingen gesehen. Ihr habt ja gerade gesehen, die sieht schon ziemlich ramponiert aus. Die macht ihren Job aber seit zehn Jahren und ich musste sie in zehn Jahren noch nicht einmal austauschen. Also ein Hoch auf die Double Do XL, die ich da habe, die wirklich seit ewigen Zeiten einen guten Job macht. Und jetzt seht ihr, dass ich diese Ecke verdecke und damit das Ganze so ein bisschen abgerundet wird. Zum Schluss habe ich da noch einen kleinen Schatten unter das Huhn gemacht, weil mir irgendwas noch auf der Karte fehlte. Und damit war diese sehr simple und sehr grafische Karte schon fertig. Ich bin gespannt, wie euch die Dreiecksidee gefällt, wie euch dieses Layout gefällt. Und freue mich auf eure Kommentare unter dem Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt eine kreative Zeit. Ich bin gespannt, wie euch die Dreiecksidee gefällt. Ich bin gespannt, wie euch die Dreiecksidee gefällt.